Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Chainshop Live. Heute wieder mit dem Epping. Hallo, ich habe fast verpennt. Gott ey, du weinst nicht. Ja, aber ich habe dies jetzt ja noch mitgekriegt. Mit dem Reidy, ne? Macht doch nichts. Das ist, äh, ich mache ja immer schon die, etwas die Einleitung, also ist das ja nicht quasi... Ey, das war die falsche Waffe. Mein Gott, ey. Oh nein, die Frösche. Schön hinten bleiben, schön hinten bleiben. Nein. Wirklich, 20er Crit. Musste das unbedingt sein. Okay, 61 dagegen. Das scheint etwas besser. Und die Frösche. Ja... Der wird nicht treffen. So, es war nicht sehr viel Schaden, aber es hat dich wenigstens von deinem Berg runtergeholt. Oh nein. Nein, hat es nicht. War ein Feuerwerk. Wortwürdig, mein Feuerwerk für die Sinne. Das war noch viel zu doll. Ja, der wird treffen. Du hast jetzt gerade so einen Lack, ne? Ich habe immer Lack. Ach wirklich? Äh, ich... 35? Ach, ich nehme die. Ach, die Waffe. Ach, was war das denn? Ähm, das war eigentlich, ähm, ne Waffe, die... Ach, zum Glück nicht den Teleporter genommen. Boah. Boah. Schade. Ja, schade, aber die haben die Schokolade. Ja. 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 Ich probier mal was. Ja. Ja. Musstest du nicht von... Es hat getroffen. Schaden macht das Ding so gut wie kein, aber die Map verändern so gut wie immer. Wei. Wow. Fuck. Na, endlich hat mal das Ding getroffen. kommst du aus deinem erdloch herausgekrochen sonst wird sie gleich wie innen wenn ich mehr als Kommerzen nicht hier aus ich wollte gerade sagen du kommst auf dem Erdloch herausgekommen ich hatte ich trotzdem getroffen so das müsste jetzt aber sitzen 66 Damage das ist jetzt ein Shot ja, das ist jetzt ein Hammer echt jetzt? so, das fühlte ich jetzt auf mega, diga ja ich stelle mich hier rein ach, so ein Pest ja, du hast gerade eine gute Waffe verschwendet und das hasse ich wie die Pest hab ich irgendwas, ach ja ich kann doch den Mannzug nicht einfach so versprechen lassen wo zurecht 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 ά zurecht zurecht in Sendung zurecht n m Schade, dass ich dafür nur die Stufe 1-Variante habe. Aber die kann ich auch schon nerven. Verpfiffen! Ja, vielleicht doch nur Kartoffensalat. Oh ne, hör auf mit den Filmen. Boah, meinst du? Das ist mittlerweile scheinig. Oder meinst du den wirklich zum Essen? Ich meine, ich bin echt nicht. Also den Kartoffelsalat. Äh, also... Salat. Ich weiß. Die Kartoffelsalat. Gänzt davon, oder? Ja. Das hier ist doch nett. Ich wusste, dass das schon im Portal geht. Darum habe ich nichts Gutes verschwendet. Diese Runde ist nicht meins. Ja, wie gesagt, dieser Abend ist nicht deiner. Ja. Ach, die Guppis. Jetzt kommt was besseres geflogen. Die haben irgendwie ne magnetische Anziehungskraft auf dich. Boah, der war gerade flach. Das ist halt den nicht dieser Spaz oder so. Dieser Spaz. Au. Au. Nix dran, da gibts neue Waffen. Ja. Ich brauche den. Die braucht doch etwas, ein bisschen mehr. An. Feuerwerk. Ja. Feuerwerk. Und wie muss man doch dein, äh, muss man doch deinen Untergang feiern. Du bist nicht lustig, weißt du das? Ich weiß. Aber. Es ist zumindest gerade nicht. Wenn es sich getroffen wäre, äh, das wäre lustig gewesen. Hätten wir aber auch nur 20 Schaden eingewirkt. Aber. Gut, dass das Ding, äh, gerade als Schutzschild dient. Und 50 Damage. Yes. Juhu ja. Ok, dann nehme ich das mal. Die letzte... Juhu. Wenn es dich jetzt nicht fehlt, weiß ich's auch nicht. Ach so. Nischt. Oh man, der Helikopterstrike braucht ewig und drei Tage um aufs nächste Level zu kommen. Äh, noch eine Episode, ich meine, gehts jetzt noch mal ein neues Spiel oder wie machen wir es jetzt? Eine Runde noch, wir haben gerade mal 11 Minuten. Wir haben irgendwie länger vorher. Also eine Runde noch und dann ist, ähm, dann ist erstmal auch wieder gut, weil ich muss ja noch ein bisschen noch was zusammenschneiden für die nächsten Tage, und ich hasse diese einen Map. Ich auch. 70. Weil hier kannst du scheiße fahren. Nein. Nein. Dich getroffen. Knapp daneben ist auch vorbei. Hey. So. Die bleibt drin liegen. Ja, 50. Ja. Übrigens, danke, du hast mir gerade meine Idee geklaut. Oh ne, vorbeizend habe ich den Map. Ja, das kriegste. So. 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 Ne, du weißt doch. Ja. Das zieht noch den Gegner, äh, das macht, äh, den Gegner ja noch ein bisschen, zieht's ja ihm noch ein bisschen runter. Mit Nicole. So. Ja. Und wenn's trifft, tut's weg. So wie das. Ja, jetzt eine Portal rein. War doch wieder, äh, schuldig. Scheiße. Ah. Hm. Jetzt muss ich was gucken. Ach, die Waffe ist sowieso kacke. Du siehst doch. Das ist dich nie. Oh nein. Jowie, der ist jetzt 100%ig deine Area Strike. Und ab Rap Page. So, da müsste es sitzen. Ja. Banken. Ne Double-Banane. Gott sei Dank trifft die nicht. Die hab ich schon so oft von Crazy abgekriegt. Ja. Der hat auch ne Double-Banane. Ja. Du weißt schon, dass ich auf nem Grund setzte. Na. So. So. Wenigstens. Die Waffe ist geil. Ups, schluck. So. Das hab ich. 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 Oh, ich probier's. Ich versuch's mit der. So. So. Ja. Wenigstens. Eine von ner Palme. Ja. Und dein Helikopter Strike kriegt sie dann auch das erste. Area Strike? Oh fuck! ok. Ich habe gerade eine Schockshale gekriegt. Ich weiß nicht, was das Ding macht, muss ich dazu ehrlich sagen. Ach, Mario. Ja, genau. Übrigens, davon gibt es noch den Triple, ne? Den hatte ich mal. Mal sehen, wir jetzt mal den Spiele gewinnen. Wow, zu weit geschossen. Die Runde ist... Ja, noch ein Double Damage. Also... Also... Ach so. Okay, das ist viel zu weit. Alter, du hast mir ... Na, das war doch etwas. Ja, das war 200 Damage, habe ich das gerade richtig gesehen. Oh, oh ... Oh ... um vielleicht sind so hoch das war jetzt nicht so oft weil ich habe noch 47 geben und die magst Halloweeen Bounce was noch 100 Halloweens wenn es geht Niedler. Wow. Ich hoffe, dass es beendet. Button. Au. Ja. Rate mal, was das war. Boah, 111 Erfahrungspunkte. Und der nechsten Level Up. 600 um den um Sally-Board beizuschalten, okay? So, ähm. Was war? Ja, Leute. Damit beende ich heute jetzt das Video. Hast du noch was zu sagen? Tschüss. 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 Tschüss.